Ich habe schon viel erlebt und noch viel vor. Jetzt gibt es ein Magazin, das zu mir passt. My Way. In dieser Ausgabe, welchen Menschen im Leben wir viel zu verdanken haben. Natalia Werner exklusiv. Glücklich, ganz ohne Lebensplan. Und Föhnen und fertig. So schnell kommen wir an Traumfrisuren. Jetzt lebe ich mal My Way.